Das kann ja wohl nicht wahr sein, nur weil du blau bist. So, jetzt kommst du noch. Und weg. Banane und uns geht's wieder gut. Wir sind zufrieden und spum. Ich wollte jetzt springen und jumpen in ein Wort verwenden. Hat nicht so ganz geklappt, wie ihr mitbekommen habt. So, hier gibt's ein paar Sternchen. Ich glaub, ich wusste gar nicht, ob das überhaupt nötig war, aber ich glaub, die waren jetzt eine ziemlich harte Nummer. Ich glaub, aber das hier kann ich werfen. Bei den kleinen natürlich sehr nutzvoll. Ach, weil die auch schmeißen? Okay. So, singen wir mal ne Runde. Hallo Dieter. Was sagst du dazu? Zu meinen gesanglichen Ergüssen. Aber irgendwie hat man sie jetzt gar nicht singen gehört, ne? Ey. Lörst du mal auf, ey. Wenn die anderen schmeißen, wenigstens mit kleinen Dingen. Aber du nimmst ja gleich ganz große Häppchen. So, Erdbeere und Sternchen. Und dann würde ich sagen, auf zur nächsten Runde. Wow. So, hier, das ist alles meins. Alles meins. Ne, da nicht rein. Hier, komm, komm, komm. Jawohl, jetzt griffst du dran, du blauer Riesen-Mongo. Yes. So, und ihr schießt immer noch auf mich, ja? Oh, bist du klein? Oh, verdammt. Ich renne natürlich auch mitten rein, ist ja da völlig klar. Wie auch anders. Oh, jetzt sind die Kugeln ganz schön groß. Für meine Größe. Und weg. Ah, ich bin klein geblieben. So, komm, komm, mehr Power. Jump. Ja, der hat mich erwischt. Ah, da, 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 da. Bams. Noch mehr von euch. Bleibt mal hier, ihr könntest vielleicht wieder grün werden. Oh, 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 wir singen. Sehr schön. Und jetzt haben wir wieder Power. Jetzt hau die doch mal platt. Mädel, Mensch, du musst auch ein bisschen was tun. So, allein schminken reicht nicht und Haare frisieren und kämmen und was weiß ich. Oh. Gut, ich würde sagen, wir treten jetzt Red Skull in den Hintern. Auf geht's. Und dann? Deine Zeit ist ab, Superheroes. Ja. Red Skull. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Ach, der hat auch diesen komischen, kosmischen... Sieht aus wie bei Loki, ne? Und ich will ja nicht meckern, aber... Warum habe ich die jetzt? Ist natürlich ein bisschen blöd. Nahkampf ist dann natürlich immer schwieriger bei den Bossen. Oh, 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 oh. Erdbeere und... Oh, hast dich auf den Hintern gesetzt. Oh, deine Power kannst du dir sonst wo hinstecken. Was war denn das? Das haben wir nicht richtig getroffen. So. Ich werde dich schützen, drüber. Oh, mal ein bisschen schaden. Oh, was war das jetzt? Ach, stimmt ja. Der portet mich immer mal woanders hin. Der kleine Drecksack. so auf zum nächsten stirb junge erdbeere und ab geht's ins nächste feld was denn jetzt na ok wundert euch nicht das bild ist bei mir genauso verschwommen wie bei euch ich kann mich gar nicht erinnern war das vorher auch so ich hätte ja schon mal den wet school hier oh verdammt da habe ich jetzt natürlich ein bisschen ich werde nicht sterben ich werde nicht sterben hier öfter ich mit das einrede dass der er glaube ich das kann ich keine kombus fortsetzen das ist auch ein bisschen blöd mal aus dem roten kommen wird was willst du machen verflucht jetzt wieder irgendwo ja kriegen wieder massig bonus und haben hier einmal ds ds und erdbeeren die ich jetzt gar nicht brauche ja noch mal okay ist kein problem lange du bloß diesen geschwindigkeitsdings da machst ist alles in ordnung es wird wieder eng und wie ich schon sagte ich werde nicht sterben nein ich werde nicht sterben was soll ich nehmen okay ausgewichen naja da kann ich kommen ich bin tot ich bin tot verdammt ich hab's nicht oft genug gesagt dass ich nicht sterbe dadurch verliere ich natürlich wieder ein paar punkte das ist natürlich ganz böse und bitter ach mensch habe ich da mal wieder gefällt aber wir haben ihn ko geschlagen und ich habe es aufgenommen ihr habt alle gesehen beende eine mission bronze eigentlich müsste ich doch jetzt auch silber haben eigentlich also bis silber müsste ich auf jeden fall gekommen sein silber wurde mir angezeigt richtig nur gold habe ich wohl nicht ganz erreicht denke ich und aller mann kann ich nicht erreichen wenn ich einmal abgekratzt bin hat deine frisur nicht geholfen mädel aber es gibt wenigstens ein paar erfahrungspunkte ich habe gemerkt storm ist eine nahkämpferin dann ist ein paar erfahrungspunkte haben auch bekommen also alles doch in ordnung alles bestens gut und die sagen mit dem kartenspiel ja die werden wir dann später auf jeden fall mal verfolgen aber wir können noch die marken sammeln eine marke fehlt mir ja noch aber ich bin da eher der sammler in baxter plaza oder daily bugle da sammle ich die am liebsten da sind die nicht so gut versteckt so problem ist natürlich dass jetzt in jeder zunde nur noch einer ist eine marke da ist ja schon ok leute also folgendes wenn ihr wirklich tatsächliche probleme hat seit dem update ins spiel reinzukommen versucht einfach in den anderen browser also es muss jetzt sicher nicht unbedingt der firefox sein von mozilla es ist sicher auch möglich mit dem internet explorer oder wer es nutzt probiert oder wer es nutzen kann wer es auch für festplatte hat kann auch den opera benutzen vielleicht funktioniert es mit dem auch garantieren kann ich es natürlich nicht weil ich es nicht getestet habe ähm also bei mir funktioniert es wie schon erwähnt mit dem firefox google chrome hat sich bei mir auch leider gottes quer gestellt ja das ist so die decke ich weiß in amerika gibt es die nicht da fällt man immer in die offenen löcher rein aber egal so zack 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 alles genommen ja in amerika gibt es keine gulli decke deshalb brauchen die dort superhelden die die menschen aus den gullis rausholen die reingefallen sind also ok sammeln wir noch schnell die sternchen hier ein halt wenn dann nehmen wir alle mit so ich glaube habe ich jetzt alle kügelchen oder fehlt mir jetzt noch eins also die marke habe ich gefunden aber ich habe besser meine schocker in meine pocket ach na 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 hm ok ich habe tatsächlich schon alle gut habe ich das auto hier schon ich glaube ja das hatte ich schon das auto was ist das vielleicht auch nicht so ok gut also ich werde jetzt ein bisschen am rad drehen was leuchtet denn da hinten ach briefkasten oder zeitungskasten ähm ich hätte jetzt ein bisschen am party